Hallo Leute, Willkommen zu einem neuen Video beim Silvester Channel. Heute zeige ich zwei Sachen, drei Sachen. Erstens, was ich heute gekauft habe, welche Jungfüllwerke ich gekauft habe, zweitens meine Einkaufsliste und drittens meine Einkaufsliste mit Prospekten, also wo ich einkaufen will. Erstmal gehen wir erstmal mit den Leichten drum, mache ich ein kurzes Cut und nehme die Jungfüllwerke zur Smart View. Bis dann. Ciao Leute, ich bin wieder da. Ich habe heute mal von Keller Gold und Silber kriegen gekauft. Die Unboxing und die Tests findet ihr spät, also Silvester, also nach Silvester vielleicht, nach Silvesterabend. Pyroalarm Sortiment mit einem Zertanzknall, glaube ich mal, ja, dann Erbsen 50 Stück, 3 Stück Brunkkreise und 8 Stück Flashlight, auch Dingspunkt genannt, hohohohoho, was heißt das? Ja, ihr weißt schon, ihr weißt schon, ja. Jetzt mache ich noch ein kurzes Cut. Jo Leute, hier bin ich. Die Einkaufsliste lautet, einmal Feuertanz, 4 Euro, das ist das hier von Philipp Thomas, sind achtteilig, 80 Effekten, alles von Keller, dann zweimal, zweimal Reibkopfknaller von Keller, auch von Philipp Thomas, ich zeige euch später. Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang von ALGI, das sind so Ball Assortimente, von, 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 von. Zeig mal kurz. So, ich zeig dann in einem anderen Video, ja, da kann man kurz mal aufmachen, das da, zwei Stück. Und dann bei den, bei Raibkopfknaller ist hier zu sehen, 88 Cent in Thomas Müll, Philipp Thomas. Jo Leute, danke fürs Ansehen, bis später, bis dann, tschüss.